Meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir sind wieder unterwegs. Heute geht es zum DJ Mike und DJ Mike hat einen geilen Roadtrip vor. Was genau, das wird er uns hoffentlich gleich erzählen. Fahren wir los. Gut festhalten. So, da sind wir. Grüß dich Kai. Grüß dich Mike, bei dir in der Garage sind wir. Man sieht im Hintergrund das Fahrzeug, um das es heute geht, aber es geht natürlich auch um dich und dein irres Vorhaben. Du möchtest nämlich mit dem Fahrzeug hinter dir nach Mallorca. Nach Mallorca, also kein kleines Türchen, eher ein größeres Türchen von ungefähr wie vielen Kilometern? Das sind circa 2000 Kilometer. 2000 Kilometer. Wie ist es dazu gekommen? Das kam letztes Jahr auf meinem Geburtstag. Wir standen draußen an der Feuertonner zusammen, haben schon Jager-Tee getrunken, wurde ein bisschen lustig, dann kam mein Neffe noch und er meinte dann so, ja, Roller fahren, tolle Sache und dann war aber sein Roller kaputt und den musste ich noch ein paar Tage vorher reparieren. Und sagte ihm aber, ich habe da eigentlich überhaupt keinen Plan von. Ich bin zwar früher Mofa gefahren, aber das waren noch andere Teile. Dreigang, Handschaltung, Puch-Maxi, Kreidler-Flori. Aber ich sage, komm, bring her, kriegen wir hin. Zweitag, da kriegen wir immer repariert. Ja, und dann kam das so das Gespräch und da sagt der Hans so, ach komm, lass doch auch mal so einen Roller kaufen, so just for fun und so. Da sage ich, gut, machen wir, probieren wir. Dann haben wir uns so einen Roller gekauft und dann sagte der Hans, so, aber auch an dem Abend, da müssen wir mit den Dingern nach Mallorca fahren. Sag ich, wieso nach Mallorca? Sag ich, wie kommst du auf die Idee, nach Mallorca zu fahren? Ja, einfach so, wir können ja auch woanders hinfahren. Fahr mal mit den Dingern nach Mallorca. Dann sage ich, okay, Hand drauf, fahren wir mit dem Dingern nach Mallorca. So, und dann habe ich mich mit den anderen Männern immer wieder mal getroffen, haben uns dann so nach und nach so ein paar Roller zugelegt, haben die dann repariert. Die Challenge an der Sache war ja, die Roller dürften nicht teurer sein wie 150 Euro. Also waren das eigentlich Trümmerteile. Und wir haben halt aus dem Schrott, haben wir wieder fahrbare Fahrzeuge gemacht. Es waren auch nicht alle hundertprozentig verkehrstauglich, aber sie laufen. Ja, und so ist das Kind leider in den Brunnen gefallen. Wir haben dann halt wirklich gesagt, wir fahren mit den Dingern wirklich nach Mallorca. Die ganze Sache ist natürlich so, wir wollen mit den Dingern auch nicht wieder zurückfahren. Die Dinger sollen dann auf Mallorca für den guten Zweck durch verschiedene Mallorca-Künstler oder Schlagerkünstler werden die dann versteigert. Und das ganze Geld geht dann an den deutschen Kinderhospizverein. Sehr schön, das ist doch eine super Idee. Finde ich auch. Zum Fahrzeug. Ja. Was haben wir denn für ein Fahrzeug? Jetzt gibt es was auf die Glöcke. Das ist ein Turbo SE 50. Turbo SE 50. Kennt kein Schwein. Ja, kennt andere Leute vielleicht unter anderem Namen. Also ist jetzt so ein China-Fahrzeug. Da ist irgend so ein China-Nachbau mit einem Minarelli-Nachbau. War auch ganz bewusst gewählt, weil ich finde die eigentlich am einfachsten gestrickt von der Technik her. Man kommt sehr gut an alle Teile dran und das ist halt wichtig an der Sache. Und ich habe mir gute Teile versorgen, auch bei einem Minarelli-Nachbau. Man muss da auf ein paar Sachen achten, aber ansonsten, wenn man nicht handwerklich ungeschickt ist, passt das eigentlich. Jetzt ist die Strecke nach Malle teilweise geprägt von größeren Steigungen, allen möglichen Anforderungen an Fahrer als auch für die Maschine. Das heißt, fährst du mit dem, also ich sehe jetzt ist schon ein anderer Auswurf drauf. Was sind sonst so an Veränderungen drin oder was ist geplant? Warum bin ich auf Scooter Attack gekommen? Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, habe dann auch Videos von euch gesehen, Rennen gesehen, habe ich auch mal bei einem Rennen besucht. Der kriegt einen anderen Zylinder drauf, einen etwas leistungsstärkeren Zylinder, der aber so abgestimmt wird, dass der Roller nicht schneller ist wie 50-55, sodass das wie ein 45er Roller laufen soll. Welcher Zylinder ist das? Das ist der Stage 6 Sweet Race. Ah ja gut, der hat ja Drehmoment, also am Berg solltest du damit keine Probleme haben. Und dann wird die Variomatik dementsprechend angepasst mit einer Sportvariomatik, dass man eine längere Ausdrehung hat. Kupplung und so weiter ist schon angepasst. Härtere Kupplung, härtere Federn. Das geht praktisch hierbei nur darum, wenn der 60 läuft, ist das mehr als ausreichend. Aber dann muss die Berge mit 40 hochkommen. Das ist die ganze Geschichte, weil wir fahren durch manche Alpenpässe müssen wir fahren. Aber die größte Herausforderung werden halt natürlich die französischen Seealpen, wenn es dann runter geht Richtung Kahn. Weil da wird es echt brutal, da haben wir 17 Kilometer, fast 15 Prozent Steigung. Und da brauchen wir Kraft. Definitiv Kraft. Ohne die Kraft kommen wir die Berge nicht hoch. Wie lange habt ihr geplant unterwegs zu sein? Das ist ja jetzt kein Pappenstiel. Also wir müssen, wir haben nicht geplant, wir müssen. Wir haben Fähre gebucht. Wir werden freitags mit der Fähre, oder beziehungsweise freitags werden wir mit der Fähre nach Mallorca übersetzen. Das heißt, wir haben sieben Tage bis nach Toulon. Wir werden aber vorher über Saint-Tropez fahren. Das heißt, wir kommen über Kahn runter, einen leichten Umweg, weil wir in Saint-Tropez noch die Geisens treffen. Die Geisens werden alle Roller signieren und fahren dann von denen aus direkt nach Toulon. Und dort sitzen wir dann am Freitagmorgen mit der Fähre über nach Mallorca. Und dann heißt das nochmal 400 Kilometer über die Insel bis an die Playa und dann sind wir am Ziel. Also wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, etwas über eine Woche? Ja. Etwas über eine Woche? Etwas über eine Woche. Also da müsste er Sitzfleisch beweisen. Sitzfleisch, ja. Geleinlagen, Kühlpacks, keine Ahnung. Also das wird eine lustige Sache. Auch mal im Stehenfleisch fahren, keine Ahnung. Also ich denke, für die Maschinen mit einem guten Partner wie euch an Seite dürfte das keine Probleme geben. Aber ich denke, körperlich werden wir wirklich Rücken, Po, alles kriegen. Das wird eine Challenge. Das wird mehr als eine Challenge. Aber darum geht es ja auch. Genau darum geht es. Wir verzichten auf Luxus. Wir haben nur ein Zelt und einen Schlafsack dabei. Das Spontanischste an Kleidung, da muss auch mal eine Unterhose irgendwo in einen Mülleimer geworfen werden. Dann beim Discounter gerade eine neue Unterhose geholt werden. Weil du weißt selber, auf so ein Ding kriegst du nicht viel Gepäck drauf. Das stimmt. Und einen Rucksack möchte ich nicht sieben Tage auf dem Rücken haben. Da wird hinten ein Gepäckträger gefertigt, wo so ein kleiner Koffer draufkommt. So ein Boardcase-Koffer, hat man vom Flugzeug heute erkennt. Und da muss alles rein, was wir brauchen. Wir haben keinen Werkstattwagen dabei. Das heißt, Werkzeug wird auf uns Jungs verteilt. Einen kleinen Schlagschrauber, notdürftigste Werkzeug, dass man gerade mal eine Variomatik, einen Riemen wechseln kann, eine Zündkerze wechseln kann. Und auch mal zu Not ein Zylinderfleisch runterholen kann. Neue Kolbenringe draufmachen kann oder sonst was. Aber mehr können wir unterwegs nicht mehr da excel. Also ein kapitaler Motorschaden oder Getriebeschaden darf nicht passieren. Toi, toi, toi. Wird klappen. Wird klappen, ich bin auch guter Ding. Denke ich doch. So, mal Walfahrertür auf. Da ist noch was für die Wegstrecke dabei. Nach Malle. Ja, ist doch prima. Öl haben wir nicht genug. So, guck mal. Und da ist sogar eins. An eins habe ich sogar ein Schleifchen dran gemacht, weil der Geburtstag hatte. Oh, danke schön, Kai. Das ist aber allerliegend. Aber Öl haben wir nicht genug. Ja, wie hast du vorhin noch gesagt? Mit dem Öl. Wer gut schmiert, der gut fährt. Ja, ganz genau. Grill ist an, Würste sind drauf. Bisher nur zwei, aber das ändert sich ja sicherlich noch. Ja, hoffen wir mal. Also da ist meine Portion, wo sind deine? Den kannst du ruhig essen. Wenn du zwei Haien raust, habe ich noch zwei drauf. So, das war es für den Moment. Wir sind sehr gespannt auf nächstes Jahr, auf dein Vorhaben. War schön hier, hat mir gut gefallen. Ein bisschen kalt, ne? Naja, das ist die Jahreszeit, ne? Aber, ähm. Wir sind Männer. Ja, wir sind Männer. Das war es für den Moment. Das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir den Mike hier vor der Kamera sehen, beziehungsweise mit dem Projekt, mit seinem großen Vorhaben, Projekt Malle, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, das ist doch richtig. Danke für die Einladung. Ich danke dir, Kai. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, auch an die Zuschauer draußen. Macht es gut, danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.